Von einem Rückruf ist aktuell eine Wurst betroffen, die bei Discounter-Henny verkauft wurde. In dem Produkt wurden gefährliche Salmonellen gef... Aktueller Rückruf, vom Verzehr einer Wurst wird dringend abgeraten. In dem betroffenen Produkt wurden Salmonellen entdeckt, es besteht Gesundheitsgefahr. Die vom Rückruf betroffene Wurst wurde beim Discounter-Henny-Nacht-Bundesländern verkauft. Auch Kassel von einem Rückruf ist aktuell eine Wurst betroffen. Die Hersteller für Mass-Fschildauer-Fleisch und Wurst waren GmbH informiert über mögt es vom Rückruf betroffene Produkt, welches bei Beninacht-Bundesländern in Deutschland verkauft wurde, soll nicht mehr verzehrt werden. Es droht Gesundheitsgefahr, laut Angaben des Herstellers könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Salmonellen in einzelnen Packungen in der betroffenen Wurst einverzehrt könnte zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen und schweren Durchfall und Fieber hervorrufen. Kinder, Senioren und Immungeschwächte seien für einen schweren Verlauf einer Salmonellen-Infektion besonnen. Video, erst kürzlich Wurst-Rückruf wegen Gesundheitsgefahr-Rückruf von Wurst. Dieses Produkt ist betroffene Hersteller und das Handelsunternehmen Penny, welches das vom Rückruf betroffene Produkt verkauft hat, haben umgehend reagiert und die Ware sofort aus dem Verkauf genommen. Es handelt sich um folgendes Produkt, Produkt Schweineknack Erder Marke Schildauer Verpackung 7x100 Mindesthaltbarkeitsdatum 24.02.2021 Change Nr. 210404 Wiederhersteller im Rückruf berichtet, können Verbraucher die Informationen dem Etikett der Wurst. Weitere Mindesthaltbarkeitsdaten sowie weitere Change Nr. oder andere Schildauer Produkte seien nicht betroffen. Wurst im Rückruf, Produkt wurde in acht Bundesländern verkauft. Nach Angaben des Verbraucherportals Produkte ist die vom Rückruf betroffene Wurst beim Disco unter Benin folgenden Bundesländern in Deutschland verkauft worden. Mecklenburg-Vorpommern-Brandenburg-Sachsen-Sachsen-Anhalt-Thüringen-Berlin-Gessen-Niedersachsen Wurst im Rückruf, Produkt auf keinen Fall verzehren Kunden, die die betroffene Wurst gekauft haben, sollten dieses auf keinen Fall verzehren. Es drohen gesund. Das vom Rückruf betroffene Produkt kann gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in den jeweiligen Einkaufsstätten zurückgeben werden. Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice das Fschildauer Fleisch und Wurstwaren GmbH unter der Telefonnummer 034221 55000 Helena Grisner.de und Merkur.de sind die Ildes bundesweit Nippen-Digitalredaktionsnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017